Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Tools, wie du deine Online-Kurse erstellen und verkaufen kannst. Du kannst entweder bei WordPress deinen eigenen Mitgliederbereich bauen oder du nutzt eine externe Plattform. Also ein anderes Tool, wo du dann deinen Kurs hostest und über den du den Kurs dann zum Beispiel auch verkaufst. Für diese beiden Varianten gibt es dann natürlich auch wieder jeweils verschiedene Tools, mit denen du arbeiten kannst. In diesem Video möchte ich mal zwei davon vergleichen, und zwar einmal ein WordPress-Plugin und einmal ein externes Tool sozusagen. Und zwar Thrive Apprentice und Koji. Die Links zu beiden Tools findest du unten in der Videobeschreibung. Für Koji gibt es da auch noch einen exklusiven Rabattcode. Und wir starten jetzt mal mit dem Vergleich. Schauen wir uns zuerst mal einen kurzen Überblick an, was genau die beiden Tools eigentlich ausmacht und was du damit machen kannst. Thrive Apprentice ist ein WordPress-Plugin, mit dem du deinen eigenen Online-Kursbereich auf deiner Website direkt aufbauen kannst. Den Kursbereich an sich erstellst du in einem Drag-and-Drop-Editor. Du bist da also wirklich 100% flexibel, wie das Ganze am Ende aussieht. Und dir stehen hier aber auch wirklich einige Templates zur Verfügung. Das heißt, du kannst hier auch relativ schnell eine erste Version von deinem Kursbereich erstellen. Als Zahlungsanbieter kannst du aktuell Thrive Card, Send All oder WooCommerce verknüpfen. Und du kannst aber auch kostenlose Kurse erstellen, für die man sich einfach einloggt, um so zum Beispiel deine E-Mail-Liste aufzubauen. Koji ist im Gegensatz dazu eine eigenständige Plattform, hat also mit WordPress soweit nichts zu tun. Du kannst hier ebenfalls deine Online-Kurse erstellen, kannst allerdings das Design, so das Layout deiner Kurse nicht wirklich bearbeiten, nur zum Beispiel deine eigenen Farben und Schriftarten verwenden. Als Zahlungsanbieter kannst du Digistore oder Cope Card verknüpfen oder über eine Zapier-Integration auch weitere, je nachdem, womit du eben arbeitest. Und auch hier hast du die Option, kostenlose Kurse zu erstellen. Der größte Unterschied bei den beiden Tools ist natürlich der, dass deine Kurse mit Thrive Apprentice wirklich auf deiner Website liegen. Bei Koji werden sie eben woanders gehostet. Das erstmal für dich als kurzen Überblick. Jetzt schauen wir uns beide Tools mal etwas genauer an. Wir starten mal mit dem Aufbau des Kursbereiches, also wie sehen deine Online-Kurse eigentlich aus? Bei Thrive Apprentice ist es ja wie gesagt so, dass du hier komplett flexibel bist, deswegen ist das, was ich dir jetzt zeige, auch wirklich nur eine Möglichkeit, wie dein Kursbereich am Ende aussehen kann. Das hier, was ich erstellt habe, ist jetzt sehr nah an den Templates, also da habe ich nicht viel verändert. Und es ist dann hier so, dass du eine Seite hast, auf der alle deine Kurse aufgelistet werden. Das sind jetzt hier in meinem Fall zwei. Und wenn ich auf einen dieser Kurse mal draufklicke, dann komme ich jetzt hier auf so eine Art Übersichtsseite für den Kurs. Hier kannst du natürlich noch mehr Infos zum Kurs hinzufügen, zum Beispiel auch ein Video. Und hier werden die Inhalte aufgelistet, die einzelnen Module und Lektionen. Ich kann das Ganze hier jetzt auch noch aufklappen und sehe dann halt hier direkt die Lektion. Das ist jetzt hier, wie gesagt, nur ein Beispiel dafür, wie diese Modul- oder diese Kursübersicht aussehen kann. Also du hast da auch noch ganz viele verschiedene Optionen, das immer im Hinterkopf behalten. Von hier kann ich dann jetzt direkt zum Beispiel mal eine Lektion auswählen und das sieht dann so aus. In dem Fall haben wir jetzt hier eine Textlektion, das heißt, ich habe einfach hier oben so ein Coverfoto. Dann habe ich hier eben entsprechend den Text und dann kannst du zu jeder Lektion auch Ressourcen hinzufügen, also Downloads oder nützliche Links oder so, irgendwelche weiterführenden Sachen. Die werden dann hier unten direkt angezeigt und über diese Sidebar kann man sich dann eben auch hier durch den Kurs durchnavigieren. Ist wie gesagt nur ein Beispiel, eine Möglichkeit, aber so einen Kursbereich ungefähr in der Form kannst du mit Thrive Apprentice dank der Templates in recht kurzer Zeit erstellen. Schauen wir uns auch den Kursbereich an. Wenn man sich hier einloggt, gibt es ebenfalls eine Übersicht, in der alle verfügbaren Kurse angezeigt werden. Das ist hier jetzt einer, da können wir mal draufklicken und kommen dann auch wieder auf so eine Kursübersicht. Das sieht so aus, du kannst hier oben Infos einfügen, eine Abbildung. Dann kann man sich hier die Kursübersicht aufrufen. Da kommt man auch jederzeit hin, egal wo im Kurs man sich gerade befindet. Wenn man hier auf diesen Pfeil klickt, dann wird hier auch so eine Art Sidebar mehr oder weniger eingeblendet. Und dann kann man sich eben hier durch den Kurs durchnavigieren und jeweils direkt zur gewünschten Lektion springen. Dann hast du bei Coaching die Möglichkeit, Prüfungen für die einzelnen Module anzulegen. Und du kannst auch eine Community verlinken, also eine Facebook-Gruppe oder LinkedIn oder Slack oder so. Und die wird dann eben hier in der Kursübersicht und jeweils auch bei den einzelnen Lektionen ausgespielt. Und darunter haben wir dann hier die einzelnen Kapitelmodule vom Kurs und dann hier noch die Downloads. Schauen wir uns mal eins dieser Kapitel an. Der Aufbau ist hier im Prinzip ähnlich. Wir haben hier so einen kleinen Einleitungstext und dann eben hier die einzelnen Lektionen. Und wenn du so eine Prüfung erstellst, du kannst für jedes Modul, jedes Kapitel eine Prüfung erstellen. Dann wird die eben hier unten auch entsprechend angezeigt. Und dann schauen wir uns mal noch eine Lektion an. Das sieht dann nämlich so aus, dass du also hier dann eben das Video hast. Du könntest auch Text zum Beispiel hinzufügen. Und dann haben wir hier so eine Übersicht. Hier werden die Downloads angezeigt und dann hier eben, wie gesagt, die Community verlinkt. Du hast auch die Möglichkeit, Lektionen zeitgesteuert freizuschalten. Also zum Beispiel erst nach sieben Tagen. Das kannst du bei Thrive Apprentice auch machen. Das ist ganz nützlich. Und grundsätzlich ist es bei Coaching eben so, dass deine Kurse wirklich immer genau so aufgebaut sind. Also du hast jetzt hier nicht die Möglichkeit, noch groß individuell was am Layout zu verändern. Das muss aber meiner Meinung nach gar nichts Schlechtes sein. Denn zum einen finde ich das so sehr übersichtlich. Also man findet sich im Kurs einfach gut zurecht. Und zum anderen geht die Einrichtung dadurch natürlich auch sehr, sehr schnell, weil du ja im Prinzip direkt damit anfangen kannst, deine Inhalte hochzuladen. Denn das ganze Layout für den Kursbereich ist ja schon fertig. Jetzt hast du schon mal einen Eindruck bekommen, wie der Kursbereich an sich bei beiden Tools aussehen kann. Schauen wir uns jetzt mal an, was genau für Kursinhalte du denn eigentlich erstellen kannst. Grundsätzlich ist es so, dass du sowohl bei Thrive Apprentice als auch bei Coaching da sehr flexibel bist. Du kannst bei beiden Tools sowohl Text als auch Audio- oder Videolektionen erstellen. Das ist ziemlich cool, weil du deine Online-Kurse so halt wirklich sehr individuell gestalten kannst. Also du bist da an nichts gebunden und kannst die Inhalte wirklich so anpassen, dass sie zum einen natürlich zum Kurs passen, zum Kursthema, aber auch zu dem, was dir persönlich einfach am meisten liegt. Außerdem kannst du auch bei beiden Tools Downloads hinterlegen, jeweils direkt bei den Lektionen, also dass sie wirklich immer auch passend zum Inhalt da angezeigt werden und man sie sich herunterladen kann. Bei Coaching ist es so, dass es dann auch noch einen, ja ich sag mal allgemeinen Download-Bereich gibt, wo dann wirklich alle Downloads aus dem Kurs gesammelt angezeigt werden. Aber prinzipiell nehmen sich beide Tools in diesem Bereich nicht viel. Jetzt willst du ja deine Online-Kurse verkaufen und dafür braucht es einen Zahlungsanbieter, der mit dem Kurstool verknüpft ist. Bei Coaching kannst du hier, wie am Anfang schon gesagt, Digistore24 und CopeCard verknüpfen. Coaching ist halt ein deutsches Tool und hat dementsprechend auch diese direkten Integrationen mit den deutschen Zahlungsanbietern und es sind hier wirklich auch immer nur ein paar Klicks nötig, um diese Verknüpfung herzustellen. Und wenn dann jemand zum Beispiel den Kurs über Digistore kauft, dann werden in der Bestellbestätigungs-Mail von Digistore auch direkt die Zugangsdaten zum Coaching-Mitgliederbereich verschickt. Also das ist sehr praktisch und sehr gut gemacht, wie ich finde. Bei Thrive Apprentice sieht es etwas anders aus. Hier bestehen aktuell Integrationen zu ThriveCard, SendAll und WooCommerce. Die, ich sag mal, klassischen deutschen Anbieter sind also leider nicht dabei. Ich hoffe sehr, dass sich das noch irgendwann ändern wird. WooCommerce kannst du natürlich auch nutzen, aber hier musst du dann eben auch selber schauen, dass du alle rechtlichen Vorgaben und so weiter einhältst. Das ist bei Digistore und CoopCard ja gegeben. Die kümmern sich auch um Steuern und so weiter, was einem schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Stand heute geht der Punkt bei den Zahlungsanbietern also definitiv an Coaching. Was du aber mit beiden Tools super gut umsetzen kannst, sind kostenlose Kurse, zu denen man dann den Zugang erhält, wenn man sich zum Beispiel für den Newsletter anmeldet. Also das funktioniert auch mit Thrive Apprentice super gut. Schauen wir uns jetzt mal an, welche Funktionen noch so enthalten sind, mal abgesehen vom Erstellen der Kurse selbst. Mit Coaching kannst du zum Beispiel Landingpages erstellen, über die du dann also deine Kurse auch direkt verkaufen kannst. Du kannst Videos hochladen, du kannst das Branding anpassen und was ich besonders praktisch finde, ist hier dieser kostenlose Impressums- und Datenschutzgenerator. Da musst du nur ein paar Angaben machen, dann werden die Texte für dich generiert und vor allem auch automatisch dann überall in deinem Mitgliederbereich verlinkt, dass man also vom Footer aus direkt auf Impressum oder Datenschutzerklärung klicken kann, genauso wie man das halt immer haben muss. Da kümmert sich Coaching hier quasi automatisch drum. Außerdem kannst du dann hier, hast du Statistiken und du kannst eben zum Beispiel auch Prüfungen hinterlegen und am Ende auch Zertifikate vergeben. Du kannst also deine Kurse noch so ein bisschen erweitern, sage ich mal, und ansprechend gestalten und kannst eben mithilfe der Landingpages das Ganze dann auch direkt verkaufen. Bei Thrive Apprentice ist es so, dass hier beim Plugin selber nicht noch wirklich zusätzlich weitere Funktionen mit dabei sind. Allerdings kriegst du auch nicht nur das eine Plugin, sondern direkt die gesamte Thrive Suite. Das sind mehrere WordPress-Plugins und ein kompletter Theme-Bilder. Das ist alles darauf ausgelegt, deine Website beziehungsweise das Marketing auf deiner Website zu optimieren. Das heißt, auch hier kannst du Landingpages erstellen, du kannst eben mit dem Theme-Bilder deine komplette Website gestalten. Super flexibel auch im Drag-and-Drop-Editor. Du kannst mit Thrive Leads deine E-Mail-Liste aufbauen. Dann hast du eben hier Thrive Apprentice. Du kannst Quizzes erstellen und hast eben so super viele Möglichkeiten, um deinen Online-Kurs tatsächlich auch zu vermarkten. Und das kriegst du, wie gesagt, alles direkt mit dabei, wenn du dich eben für Thrive Apprentice entscheidest. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Schauen wir uns jetzt nämlich mal die Preise an. Gehen einmal dafür nach unten. Genau, du hast bei der Thrive Suite zwei verschiedene Optionen. Entweder du zahlst pro Jahr oder pro Quartal. Pro Jahr ist es entsprechend günstiger. Da sind es umgerechnet quasi 19 Dollar pro Monat beziehungsweise du zahlst dann halt einmal im Jahr 228 Dollar. Und bei der Quartalsweisen-Zahlung sind es dann 90 Dollar pro Quartal. Und an der Stelle muss ich mal sagen, dass das wirklich ein absolut gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist für all das, was du hier in der Thrive Suite kriegst. Also selbst wenn du am Ende nur zwei oder drei der enthaltenen Plugins nutzt, das lohnt sich absolut, weil du dafür halt wirklich, ja, du kriegst halt alles, was du eben brauchst, um deine Webseite, deine komplette Webseite inklusive Online-Kurse zu erstellen. Bei Koji kannst du monatlich oder jährlich zahlen. Da hast du also hier verschiedene Optionen. Und der Preis hängt dann am Ende immer davon ab, welches der Pakete du nutzen möchtest. Also die unterscheiden sich natürlich im Funktionsumfang und der Anzahl der Kurse, die du damit erstellen kannst. Beim Deluxe-Paket zum Beispiel haben wir hier bei der jährlichen Zahlungsweise fünf Kurse mit dabei, die du erstellen kannst. Und bei dem Premium-Paket ist es ein Kurs. Du kannst aber, wie du hier siehst, auch wenn du sagst, okay, das Premium-Paket reicht mir, ich möchte aber drei Kurse stattdessen haben, und dann kannst du diese Kurse auch einzeln dazu buchen. Also da bist du auch ganz flexibel. Koji kannst du 30 Tage kostenlos testen. Und du siehst es hier schon, mit dem Gutscheincode Online-Toolkiste 15 kriegst du dann 15% Rabatt auf deine erste Zahlung. Und dementsprechend wird dann halt der Preis noch mal günstiger. Das sind also Thrive Apprentice und Koji im Vergleich. Meiner Meinung nach gibt es hier nicht wirklich einen Gewinner. Es sind beides sehr gute Tools. Bei Koji hast du halt nicht wirklich Anpassungsmöglichkeiten, was das Design deines Kursbereichs angeht. Dafür überzeugen mich bei Thrive Apprentice die Zahlungsanbieter nicht. Im Endeffekt kommt es natürlich total darauf an, was dir wichtig ist, worauf du Wert legst und welche Features du eben auf jeden Fall haben möchtest. Wenn du Fragen zu einem der beiden Tools hast, schreib sie sehr gerne in die Kommentare. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir weitergeholfen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.